Musik Folgt zum Preisbrunnen! Ein bisschen. Los, euer Flusswatter! Los, dein Magistrat! Brückt mir einen, der für diese Bauern hier sprechen kann! Ich spreche für diesen Ort. Was wollen wir? Wir haben den Ort mit stürmender Hand erhobert. Ihr werdet alle dem Schwatter den Feuer verfallen. Wir wollen Gnade vor Recht vergehen lassen. Wenn ihr uns gebt, was des Schwedenkönigs ist, ich weiß nicht, wo die anderen Rätsel sind. Ich kann euch nichts geben. Ich habe hier nichts. Dann sucht und findet jemand, der das kann. Und? Niemand? Ganz allein? Ha! Dabei, herbei, die Herren! Nun denn! Ihr seid der Vorstand dieser Gemeinde. Wir sind hier im Namen des Schwedenkönigs, Verpflegung für die ruhmreiche spätische Armee zu fordern. Gebt ihr es freiwillig raus? Nein, geht auch nicht. Ihr habt es einfach nicht. Das ließen sich nachprüfen. Warum denn diese langen Verhandlungen mit diesem Hundfock? Wir würden sie alle niedermählen. Das stimmt, aber wir brauchen den Ort und den Proviant. Geld, Proviant. Wo ist Geld? Wo ist Proviant? Wir müssen uns Zeit geben. Wir können nicht alles auf einmal hier haben. Zeit! Wir haben keine Zeit! Wir würden uns auf einmal reisen nach Wien! Zum Kaiser! Ich danke. Zeit! Zeit! Wir geben keine Zeit! Holst uns irgendjemand her! Was ist mit dem Kürzenschatz? Gott, ihr habt Zeit! Bis heute Abend! Acht Uhr! Wir werden euch jetzt unsere Forderungen vorlesen. Ihr merkt sie euch wohl! Acht Uhr! Am Abend ist alles abzuliefert. Hier an jener Städte. Zwei von euch werden als Geiseln dafür haften mit ihrem Kopf, dass alles abgeliefert wird. Macht euch zwei da beiden! Wir haben uns nicht einen von euch. Ich doch nicht. Was ist so? Was ist so? Acht! Wir brauchen uns zu fest. Jetzt kommt es an uns. Das war's. Und seht ihr heute von den gut gekleideten Mäßes. Und ein Freund von den meisten Freunden. Das war's. Gut, Herr Kapitän, jetzt sind wir zur Paderwohnung vor. Benni. Wir für sowohl hohe und niedrige Offizier als auch gemeinde Soldat zu roch und Fuß auf den Musterplätzen in allen Kreisen in durchgehender Gleichheit täglich erlessen, trinken und sowie zu unterhalte. Ein Obrister soll täglich zwei Mahlzeiten haben für sich und die Seinige und jede Mahlzeit zwölf Essen, deren eine sind andere nicht mehr. Achtel eines Reischhauers kostet zehn Pfund Brot, zehn Mügewein, Servi. Obrister, Leutnant, jede Mahlzeit acht Essen, ein Achtel-Reischhauers, acht Pfund Brot, sechs Mügewein, Servi. Major oder Kapitän, jede Mahlzeit sechs Essen, ein Achtel-Reischhauers, sechs Pfund Brot, sechs Mügewein, Servi. Leutnant oder Friedrich, jede Mahlzeit vier Essen, ein Achtel-Reischhauers, vier Pfund Brot, acht Mügewein, Servi. Unser Offizier, jede Mahlzeit drei Essen, zwei Pfund Brot, eineinhalb Brügewein, Servi. Ein Formal und Tammenschläger, jede Mahlzeit zwei Essen, zwei Pfund Brot, eineinhalb Brügewein, Servi. Bekommen soll das Bier dem Bein ersetzen. Röhe! Habt ihr uns genommen, Magistrate! Es sei... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020